also ob man junkie der wurde am allermeisten gefickt aber richtig ja 10 das ist zwei prozent schaden wie gesagt also ganz ehrlich ich finde es komisch dass man die anschießen kann wie blöde mit schrotflinte und die fallen einfach nicht um die laufen einfach rum und wir kommen beim stream noch neun kills mit primärwaffen dann bin ich mit der wöchentlichen fertig gott sei dank ja kein problem bin fast fertig noch einen kill dann bin ich fertig ja rang 2 ich bin dran drei meine ich bin dran drei können wir kurz zum turm können wir kurz zum turm bitte wir den den arm auch noch schlimmer holen krieg noch mal mehr ruf 500 ach so dass man ja das stimmt das stimmt das ist richtig hoch jetzt ja natürlich ich habe noch einmal wöchentlich abgegeben ich habe mal mein ich habe mal natürlich ich habe das ja zweimal gespielt ich habe damals nur wegen dem waffen gemacht ich mag pvp nicht hier schmerziges pvp spiele ich gerne in crisis zum beispiel das macht richtig geil spaß ich weiß nicht ob einer von euch darauf steht aber einfach geil ne ich habe gestern nicht gespielt ne vorgestern nicht gespielt und vor vorgestern nicht gespielt also zwei tage lang habe ich schon allein nicht gespielt also gestern haben wir da einen sechser trupp gehabt ja blöde misstöle war das das eisenbanner kennt deine kraft doch geil ey wolfswald reif ja ja es zählt alles es zählt alles deine verteidigung dann licht der wir alles einfach alles da guter vergleich tot um aber ich muss jetzt noch schnell den arm verbessern ja ich muss jetzt schnell auch der arbeit verbessern 98 als die armreifen zu hoch noch nicht zurück lagune bin fertig ich bin gleich fertig mensch ich bin drei jetzt aber die anderen noch nicht wartet noch wartet noch wartet nach dna ich muss noch zwei mal infodieren dann können wir sofort loslegen haben wir ihn so bin ich jetzt immer traut sieben ja perfekt was für wo es gibt kommt immer und immer wieder das ist noch bis bis dienstag 11 uhr genau laguna kann zurück zum arbeit gehen ach stimmt ich habe jetzt vergessen die dinger mitzunehmen ach scheiße egal weil es ist die pvp dinger er musste lagune ersten wieder zurück zum hirn fliegen aber es ist die pvp dinger Kann ich mir vorstellen, bei dir. Kannst du weiterverkaufen, oder wie? Ah, das ist schon heftig. Schon heftig, was die dafür haben wollen, ne? Ah, verdammt. Ich muss immer noch meinen Armreif aufleveln. Scheiße. Ja! Ah, ein schmerziger Ruf. Okay, mitnehmen. Mitnehmen. Also, das kann man mitnehmen. Besiege Gegner Schüte mit Spezialwaffen. Hä? Besiege drei Gegner Schüte mit Spezialwaffen? Toll. Noch leichter geht's nicht. Schöner, ein Match mit mindestens neun Primärwaffen-Kills. Oh, das wird schwierig. Besiege ein Gegner Schüte mit der Versenkenfähigkeit im Schmelzziege. Versenken, versenken, versenken. Oh, ne, leckt mich. Ja, hier, Dingsbum, Sonnensänger. Sie ist ein Rumble-Met als eine... Ne, das ist scheiße. Sammeln da eine Kiste mit schwerer Munition in den Rumble-Daylist. Äh, na toll. Termine werden aktualisiert. Überprüfe akzeptiert. Ich bin fertig. Und war ein Vorfeld, wenn wir das schon haben. Okay. Dienste normal. Wiedersehen. Es sind... Ist mir eine Freude. Ein Selten ist zum nächsten Mal. Äh, die... Halt mal, wer hat dich zurückgesetzt? Jetzt die Macher? Meinst du, die Macher haben dich jetzt zurückgesetzt? Oder äh... Hab einen effizienten Tag. Welch wunder... Alter, das ist armselig. Das ist armselig. Ich sollte mich wieder meinen Studien widmen. Na los, Hüter. Gib uns eine Herausforderung. Ja, also ich freue mich überhaupt nicht auf Zombie-Modus, denn Zombie-Modus gibt's deinem Leid. Und das ist ein Zombie-Modus. Ja, wie gesagt, ich spiele einfach dein Leid für den Zombie-Modus. Ist leichter. Ja, das stimmt schon. Alter, erzähl mir nicht so viel, ey. Da krieg ich gleich eine hoch hier. Nicht was? Nee. Da haben wir gleich noch keins gesehen von DLCs, ey. Alter. Da kriegt man schon ein Kribbel in den Fingern, das zu zuchten wieder. Alter, geil. Oh, scheiße. Wie viel kurz das Season Pass? Na ja, Vorleut interessiert mich nicht. Errora. Seitdem es Leichen gibt. Gott wird das geil. Na, was meint ihr?